Ist so. Ist so. Kannste mitnehmen. Kannste mitnehmen. Achso, ist jetzt Herrschaft. Ja. Ah, stimmt. Der Feind kontrolliert C. Anton gehört uns. Flieg! Boah, Junge! Freihämer. Richtig. Digga, ohne Witz. Warum ist die Party lauter als das Ingame? Also irgendwas ist in meinen Einstellungen schief gelaufen auf einmal. Obwohl ich nichts geändert habe. Der Feind kontrolliert B. A kontrolliert B. Nein, 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 nein. Der stimmt glaublich. Unter der Brücke! Boah, was ist los mit dir? Du schießt die ganze Zeit. Drückst du das, drückst du die falschen Dinger an deinem Scuff, oder was? Vor allen Dingen, wo sie mich treffen, Mann. Oh, ich hasse diese Map, ey. Wirklich, es gibt keine Rolle. Doch, 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 doch. Yes. Jawoll. Danke. Kein Ding. Einmal durch den gegnerischen Spawn von hinten alle auf der Brücke weggeräumt, ey. Geh auf B. Ja, geh mal. Da ist einer oben drauf. Habe ich beide. Na ja. Na, Ron ist vielleicht von hinten auch. Ich komme immer von hinten, weißt du noch. Rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite. Sorry. Digga, ich kam gerade von außen rechts rum so. Deswegen sage ich irgendjemand, ich weiß nicht wer, ist gerade bei C durch deren Spawn gelaufen. Aufklärung in der Luft. Oh no. Oh, Digi, warum kommst denn du auf einmal von hinten, Mann? Was hat denn der für einen Auftrag gehabt, Alter? Bleib einfach mal am Fenster stehen und lass mich töten, oder was? Arakiri nennt sich das. Rechte Seite über die Brücke jetzt da. Oah. Brücke B. Ja, wen habe ich? Habe ich. Oben habe ich bei B. Zwei Stück sind da oben, ne? Auf der Brücke. What the fuck? Tschüss, warum wird der von der Kamera auf einmal nicht mehr angezeigt? Er hat die Luftlandedivision, Alter. Aber. Er wird von der Drohne nicht erfasst, oder was? Der Luftlandedivision ist jetzt neuerdings auch Ghost. Natürlich. Oh, Digi. Das war so dumm von mir. Oh, ne, Alter. Hab dich. Wir verlieren Zielberater. Habt der B? Ja, weil... Wird ein geiler Sound bei der Aufnahme wären, Digga. Oh, ne. Warum ist denn keiner hinter uns bei B? Im Haus. Das wollte ich grad auch fragen. Der ist ja von unten gekommen. Ja. 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 Aua. Oben auf unserer Seite. Ja. Schon kassiert. Boah, was für No Hands, ey. Gott sei Dank sind das No Hands, ey. Gott sei Dank sind das No Hands, ey. Moin, Gott. Ja, Moin. Ja, Moin. Guck mal, wer da ist. Vorher nochmal Schalldämpfer drauf, dass das der andere nicht mitkriegt. Guck an. Ne? Man kennt ihn. Guck mal, den hole ich auch noch. Ja, Moin. Er hätte ruhig auch noch mit in die Abschusscam kommen können, Papa. Erltapp. So. Wo ist der Fein? Erltapp. 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 Oh, ja Moin. 스를parde gegen die Wand. Okay. Erltapp. Ich mach mal Licht an. Nein? Da den? Erltapp. Lastig. Viele Leute, nicht vorrücken. Der Assi da hinten. Nicht zu weit vorrücken. Lass die da hinten im Spawn. Oben bin ich weg. Die kommen von, äh, bei sich, die Treppen. Hab ihn alle. Alle, der hält hier rum, alter. Der lackt. No, nee, da ist noch einer, ey. Oben links, Seite auf der Brücke, jawohl. Ich gucke rechts, ich gucke rechts unten. Ready, Digga, ding. Ach, oben wieder weg. Sag Bescheid, wenn du weg bist, Hemmer. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Mach's noch, okay. Oh ja, erst wieder irgendwie. Ja, Krieger nähert sich dem Team. So, langsam brauche ich Unterstützung. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ja, bin weg. Boah, jetzt bin ich weg. Verdammt. Bitte. Dann habe ich. Ja, ich habe mich eben gefragt, warum treffe ich den nicht. Ja. Aber es ist ja schön, dass er bei euch auch rumbleibt. Ja, zweimal ist es passiert. Trotz der Mund. Aktivität beim Felskotten. Weißkontakt bei Werther. Rechts kommen zwei. B, B, B. Hab den bei W. Wer, 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 geht doch nicht in den Sportliga rein. Ritz X-Bumme wird abgeworfen. Ja. Er hat halt, ich sterbe. Beide weg. Hat er auch eine Drohne oder sowas? Nein. Ich bin gerade dabei. Ich habe nur, ich habe nur die scheiß Abfangjäger dabei. Oh, bei uns im Spawn, okay. Uh, ja, Spawnwechsel. Nee, doch nicht. Der ist hinten bei uns im Spawn. Hab den, hab den, hab den, hab den. Hier ist noch einer bei mir. Hab ich. Boah, Alter, steht er genau vor mir. Die sind bei B. Digga, leck mal nicht um dein Leben, Alter. Da Bumse macht und unten ist er. Wie der auch nicht angezeigt wird. Weiter! Guck du da weiter auf B, ich guck hinter dir. Die kommen wahrscheinlich jetzt alle durchs Haus, also da waren die alleine gewesen, da war das warm. Wer spielt denn schon noch mit Molotow-Cocktails, mal ganz ehrlich? Ja, läuft doch, gute Runde, Alter. G-A-O-D rasiert, Digga. Wenn da einer nicht wie ein Schinken heißen würde hier, ne? Ja, wenn der Parmaschinken halt mit am Start sein will, dann ist der Parmaschinken halt mit am Start. Also, das kann ich nicht zu sagen. Sorry, Bro. Aber ein gediegenes 14-13, Alter, kann man so stehen lassen, ey. Bis zum nächsten Mal.